Wir wollen nochmal Parallelen ziehen auch zu den Anfängen der Scorpions, weil damals haben ja auch alle gesagt, ja mach mal du deine Rockmusik da in der Garage, vielleicht reicht es mal bis zur örtlichen Freisichtsbühne oder irgend sowas. Das war eine Reaktion damals, die hätten sie eigentlich auch so richtig niederdrücken und niedermachen können. Sie hätten in Depressionen versinken können. Gibt es da nicht auch manchmal so innere seelische Stärken, also Ergebnis vielleicht auch von Erziehung, dass es einfach von vornherein auch Menschen gibt, die sich nicht dann davon niedermachen lassen und nicht sagen, hey, nun aber gerade. Ja, also ein großer Punkt war dabei ganz klar, dass meine Eltern waren sehr verschiedenartig, mein Vater mehr philosophisch, meine Mutter mehr eben die Beamtenfamilie. Und dazu kam, dass ich sehr früh in das Yoga und in die Meditation kam. Und das war ein sehr großer Faktor und ich mich mit der östlichen Philosophie beschäftigt habe, die sehr viel Weisheiten haben, die im Endeffekt auch viele Blockaden, die man sich durch die Erziehung erworben hat, löst und dadurch einfach ganz genau weiß, es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten, die, wenn man sie richtig anwendet und wenn man auch wirklich das will, was man, viele Leute wollen was, aber wollen es wirklich nicht. Das ist ja auch wieder ein wichtiger Punkt dabei. Deswegen funktioniert das nicht. Und ich habe mir einfach auch immer eins gemacht, was ganz wichtig war, ein Teamplayer. Ich habe mir die Leute gesucht, das war auch ein großer Punkt bei den Scorpions als Band. Ich habe mir immer, wenn neue Musiker irgendwie anstanden, weil der eine Probleme macht oder der andere, merkte man, der passt nicht mehr rein, immer darauf geachtet, dass ich Leute um mich herum habe, Musiker gefunden habe, die nicht nur gute Musiker waren, sondern mit denen ich auch eine Freundschaft bilden kann. Und das ist, glaube ich, auch die Situation, warum die Scorpions so lange gehalten haben, über 40 Jahre, weil, jeweils in der Form, in der Philosophie, weil die Freundschaft ein ganz wichtiger Punkt war. Wenn man anderthalb Jahre auf Tournee ist, weltweit um die Welt herum, dann kann man eigentlich das nur dann wirklich ertragen und auch genießen, wenn die Freundschaft eine Grundbasis ist. Wie wichtig ist aber der Spaß dabei? Also manche versuchen ja auch, ihre Träume so in der verbiesterten und verbitterten Form zu erreichen. Ich muss das jetzt! Ja, da würde ich mal sagen, dann sollte man sich den Fluss als Beispiel nehmen, als gutes Beispiel. Der Fluss des Lebens, geil verbunden mit dem Fluss. Man legt sich als toter Mann auf den Fluss, guckt man nach rechts, guckt man nach links und guckt sich die Ortschaft oder die Sachen aus, die einen interessieren. Und wenn man das Gefühl hat, oh, da möchte ich gerne mal rüber, dann schwimmt man ein bisschen, die Strömung natürlich ein bisschen mithelfend und ohne große Anstrengung kommt man gar hin. Dann macht man seine Sache, die man machen will und sagt, okay, habe ich genug gemacht, jetzt gehst du wieder und lässt dich wieder treiben. Der Punkt ist, dieser Punkt der Zentriertheit, das heißt, eine Gitarre muss gestimmt sein, Unterspannung, klar, aber die Seiten müssen in einer Beziehung zueinander stehen, sodass das Instrument stimmt. Wenn das Instrument nicht stimmt, kann ich keine Musik machen und was dabei rauskommt, ist nur dummes Zeug. So heißt es zentriert sein. Mit der Zentrierung meine ich damit, Körper, Geist und Seele müssen einer gewissen Ausgeglichenheit sein. Und dann kann man alles erreichen ohne dieser Verbissenheit. Die Verbissenheit ist nichts anderes, als wenn man was ganz schnell haben will. Man muss auch Zeit lassen. Eine Pflanze, die sprießt nicht gleich hoch, gebe ich noch ein bisschen Wasser und ein bisschen Sonne und schon ist die ein Meter groß. Nein, dann muss man schön mit Liebe und mit Gelassenheit sehen, wie die Pflanze sich langsam entwickelt. Und so ist es mit jeder Vision, mit jeder Geschichte. Alle Sachen, die mit einem, sagen wir mal, übers Knie gebrochen werden, haben ihre Macken dann. Und das sollte man nicht machen. Und das Wichtigste dabei ist der Spaß. Ja, das ist der Spaß, ist die Grundlage. Deswegen immer wieder Spaß ist ganz wichtig. Na klar, dann schauen Sie sich doch mal um. Wirtschaftskrise, die FDP an der Regierung, schlimmer kann es ja bald nicht kommen. Staatsverschuldung, Klimawandel und da reden Sie mir vom Spaß? Ja, man muss ja nicht immer gucken, verändere dich selbst, dann veränderst du die Welt. Entscheidend ist, viele Leute erwarten, dass sich alle anderen verändern. Nur ich bleibe bei meiner Meinung. Na ganz und gar nicht. Ich verändere mich in dem Augenblick, wo ich mich verändere, verändere ich schon die Welt. Wenn ich ein positives Zeichen setze und wenn ich selbst mich ändere und die richtigen Gesetzmäßigkeiten erkenne, dann können die anderen Affentheater ablaufen lassen. Aber ich kann im Grunde die richtigen Mechanismen in Bewegung setzen und kann eigentlich meinen Spaß haben. Es gibt bestimmt viele Menschen, die den Himmel auf Erden haben, aber die es nicht jedem erzählen. Das wird auch nicht in der Bild-Zeitung stehen oder in irgendeiner Zeitung stehen, sondern die genießen ihr Glück und brauchen nicht in den Glatschblättern sein, um da ihre Bestätigung zu bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei auch. Aber zum Glück gehört auch bei Ihnen die Traurigkeit manchmal. Man darf auch mal traurig sein. Aber Traurigkeit ist eine Form des Ausdrucks, den man empfinden kann. Und am besten ist es, wenn man traurig ist über etwas, wo man mitleidet. Aus dem einfachen Grund, das muss man nicht um seine eigene Geschichte sein, sondern Traurigkeit ist ein Ausdruck von Mitleid, Mitbeschäftigung der gewissen Geschichte. Und ich glaube, dass es Nächstenliebe ist, gehört damit und da auch. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor auch. Und das ist ja auch ein Teil der Freundschaft, die bei uns gewesen ist, dass man mitlebt, wenn Klaus seine Stimme verloren hat, dass man nicht sagt, hier, stell den neuen Sänger her, es geht gerade jetzt gut ab, sondern dass man mit dem Mann mitfühlt und ihm auch das Gefühl gibt, dass es nach vorne geht. Und als er von der ersten Operation wiederkam und man merkt, dass es nicht nach vorne geht, dann war man natürlich traurig, ganz klare Sache. Aber die Traurigkeit, und das ist ganz entscheidend, muss man sofort umdrehen in die positive Seite und sagen, dann, was noch was kriegen wir schon hin. Und Motivation wieder reinbringen. Und schon wendet sich das Blatt und schon wendet derjenige, der in der Position ist, wird nicht in der Traurigkeit erschlagen, sondern macht auf einmal Kraftanstrengungen, die er alleine niemals gemacht hätte, weil er seine Kumpels nicht in den Stich lassen will. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel ausgemacht, dass Klaus wieder aus seiner Krise kam und dass wir mit Blackout, nachdem Klaus sehr gesund war und die Leute sagten, bei denen haben sie wahrscheinlich Mittel mit da eingebaut, dass auf einmal dieses Album weltweit in den Top Ten der Weltscharts war. Am schönsten wir hätten, wir könnten die Welt, habe ich immer so den Eindruck, auch beim Lesen ihres Buchs, Rock Your Life, wir könnten die Welt so wieder aus kindlichen Augen, aus den Augen eines Kindes sehen, so völlig unvoreingenommen. Wäre das ein glücklicher Moment für mich? Also ich glaube bestimmt, dass die Kindlichkeit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir davon ausgehen, dass wir in unserer heutigen Zeit eigentlich nur noch Spielsachen um uns herum haben, Autos, Telefone, die ganzen Geschichten, die wir haben, Stereoanlagen, wir haben doch alles Spielsachen. Wir sind umstellt von Spielsachen. Und jetzt machen wir als Erwachsene, du musst erwachsen sein, damit du die Spielsachen auch richtig handelst. Nein! Sei Kind und nutze die Spielsachen so, wie es ein Kind machen würde. Nicht zu ernst nehmen und auch nicht zu locker nehmen, sondern im gewissen Verhältnis zu dem, wie du dazu stehst. Und dann kannst du den ganzen Tag spielen und hast den Spaß. Also mit dem Hämmerchen rot ruhe ich mal rauf auf den neuen Laptop. Also das würde ich nicht sagen. Ich meine, Kinder haben ja auch eine gewisse, ich glaube, in dem Augenblick, wo ein Kind eine Spielfähigkeit zu dem Gerät sieht, dann hat es, glaube ich, keine Zeit und auch keine Lust, da mit dem Hämmerchen drauf rum zu hauen. Das macht sie nur dann, wenn sie mit dem Spielgerät nichts anfangen kann. Dann haut er mit dem Hammer drauf rum. Und deswegen glaube ich immer wieder, dass diese gewisse Form der Lockerheit gegenüber dem Leben und nicht die Verkrampftheit. Und ich glaube, dass die Verkrampftheit wird von unseren Eltern und von unserer Schule gegeben. Du musst, du musst, du musst. Und dadurch gibt es diese Verkrampftheit. Wenn es davon geht, dass alles ja so kommt, dass man nicht scheitern kann, wie er auch in dem Buch steht. Man kann nicht scheitern. Und wenn das Kind einfach von den Eltern von vornherein gesagt bekommt, du musst jetzt laufen, du musst jetzt laufen, dann wird wahrscheinlich beim Kind eine Blockierung eintreten. Aber dadurch, dass man das Kind langsam laufen lässt, auch mal hinfällt, schreit mal auf, steht auf. Und dann beginnt das Kind ganz normal das Gefühl zu erwerben, wie fange ich an zu laufen. Und so, das ist auch Spielerei und Spielerei. Und deswegen, das Leben sollte mehr in einer spielerischen Form zu sehen sein.